Yo, SamsTV Freunde und herzlich willkommen to dem zweiten Part Let's Play Battlefield Heroes und ja, jetzt sind wir unterwegs auf der Map am Küstengefecht bzw. Sie seid skirmisch und ja, also ich wollte jetzt gerade eine Runde aufnehmen, dann war ich so schlecht, dass ich die Runde einfach abgebrochen habe und ja. Ja, viele werden sich jetzt vielleicht denken, wieso, dass ich jetzt an einem Tag zwei Videos mache, weil ich gesagt habe, jeden zweiten Tag kommt ein Video. Ja, Pech würde ich mal sagen, ich mache an diesem Tag zwei Videos, weil ich einfach gerade Bock habe und ja, weil einfach die Fahrtzeit wieder ziemlich Spaß macht und ich weiß nicht, wo der ist. Ich weiß, okay, und ich weiß auch jetzt gar nicht, ob die jetzt gut sind oder nicht und jetzt ist mein Freund hier, der bei mir im Zimmer sitzt, aber nichts sagt. Und ja, er ist auch ein BV-Spieler, wie ihr seht und eigentlich auch ziemlich gut, aber nicht so gut wie ich, nee, Spaß. Und ja, wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt auch mit einem neuen Outfit am Start, das ich mir heute einfach nochmal gegönnt habe und ja. Was ist los? Wo sind die ganzen Gegner? Ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach Gegnern und keiner kommt. Okay, lol, ich hätte nie nach, ja. Ich kann Auto fahren. Ja, ja, ich habe was Besseres von hier. Ja, was? Ja, geil, ja, geil, ja, geil, ja, geil. Ähm, ja, 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 Mit meinem XP-Boost bin ich jetzt auch schon mittlerweile Level 11 und ja, okay, hier ist ein Tank. Oh mein Gott, ja, wie gesagt, kein Thema dabei und beim nächsten Part wird es ein spannendes Thema geben. Ähm, und ja, die Folge wird eigentlich, glaube ich, richtig lang, weil hier sieht man, ja, die Rakete, also bei uns dauert die Zeit noch 7 Minuten und bei den Gegnern auch noch 5, also das ist eigentlich gut. Und, ähm, ich wollte mich noch entschuldigen, nämlich beim letzten Video, da hat irgendein Fail beim Rendern gegeben. Ähm, ich weiß nicht, was das war, aber irgendwie ist das nicht gut gegangen und, ähm, deswegen war das Video jetzt ziemlich lange, aber es war halt zum Schluss nur Flagspin. Und, ja, das hat sich jetzt gar nichts gebracht und, ja, ja, lol, meine Waffe, ähm, ja, und, ähm, für das wollte ich mich einfach noch entschuldigen und irgendwie schaffe ich den jetzt nicht. Ja, ich habe ihn, 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 und, ja, ähm, vielleicht wird es bald mal ein Video mit einem anderen YouTuber geben und jetzt hat mich jemand mit dem Auto gequillt. Ähm, ähm, den Namen werde ich euch noch nicht verraten, weil das Ganze noch nicht feststeht, ob das wirklich passieren wird oder nicht und, ja, deswegen sage ich jetzt, verspreche ich jetzt noch nichts, aber es gibt wahrscheinlich ein, ähm, Video mit einem anderen YouTuber. Und, ja, ähm, Roadkill, ich weiß, dass ich ein Loob-Fan, aber, das muss jetzt einfach sein. Jetzt sperre ich den, den Weg an! Oh mein, oh lol, der ist da einfach mal beinhart bei mir vorbeigefahren. Ähm, ja, 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 komm, den habe ich! Ja, shit! Ähm, jo, also diese Runde gibt's und dann, ja, geil, und dann ist das Video to end und ich habe jetzt schon 2700 Punkte. Ich bin aber, ähm, als Vorletztes in den Server gekommen oder so. Also, also, ist schon ziemlich ordentlich, die Punkteanzahl. Ja. Ähm, läuft mal bei den, bei uns halt, wir sind nur in, lol. Und, ja, hier gibt's noch, was zu tun. Ähm, what the fuck? What the fuck? Und, kein Tod, kein Tod, kein Tod, kann mir keinen Tod leisten? Ja, Ballistigate! Ballistigate! Was los ist und, ja, gut, gut, gut. Ähm, nee, jetzt bin ich tot, ja, das war jetzt klar. Ähm, ja, 3354 Punkte, das hätte, ähm, das reicht eigentlich auch, ähm, aber natürlich will ich jetzt noch die 4000 knacken. Und, ja, ähm, es wird auch... ein Projekt, also, so ein richtiges Projekt geben, von BFH. Ähm, das verrate ich euch aber zurzeit auch noch nicht. Und, ähm, ja, läuft mir. Ähm, jetzt muss ich nicht wieder heilen, weil dieser Sniper hier, oder, nein, was ist denn so? Ich hätte mir gedacht, das ist der Sniper, der mich die ganze Zeit, okay, hier ist da, ähm, der mich die ganze Zeit hier abfuckt, ähm, ja. Ähm, hier, wieder mal, oh, ja, 4000 Punkte, geil. Ähm, ja, mein Freund hat hier 2000 Punkte, das geht auch. Und, der hier, okay, ja, mein Team ist eindeutig besser als die Nationals, ähm, zurzeit mag ich auch die Nationals viel lieber als die Royals. Und, ja, mit meinen drei Lieblingswaffen bin ich eigentlich ziemlich gut, wie man hier ja eigentlich auch sehen kann. Also, ich bin jetzt nicht mega gut, aber ich bin jetzt auch nicht mega schlecht. Also, ähm, ja, der ist der Erste. Oh, ich wollte, dass er einsteigt. Nee, 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 nee. Okay. Ähm, wo der jetzt wieder? Oh, okay. Okay, okay, ähm, ja. Hier, der Tank wird ihm auch nicht weiter. Oh mein Gott. Heilung, 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 bitte, 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 Heilung, Heilung. Ja, danke, danke. Lol. Alter, thanks. Ja, und das war's auch mit der Runde. Dann würde ich mal sagen, ähm, bis zum nächsten Video und ciao, Leute.